Jo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig super geilen neuen Pileup Clitch zeigen und Godmode Clitch. Wie ihr das macht zeige ich euch jetzt im Video. Als erstes müsst ihr zuerst mal zwei Sachen besorgen. Das ist das Katana von Takeo, dieses Samurai Schwert und ihr müsst es auf Stufe 2 spielen. Wenn ihr es auf Stufe 2 habt könnt ihr so einen Spezialangriff machen wie ich jetzt gerade im Video mache. Wenn ihr das habt könnt ihr auf der obersten Treppe losspringen und diese Spezialangriff in der Luft machen. Wenn ihr jetzt diese Spezialangriff gemacht habt landet ihr da oben und ihr könnt eigentlich unendlich runden da oben sein. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst eine kurze Bewertung da ein Abo für die mich freuen und dann hat es sich ein neues Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.